Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist wieder euer Stürmi und heute gibt es den Magitex Adventskalender. Ja, ich bin mal gespannt, wenn ich daraus ziehen werde, aus den Packs drin, also Booster. Ich bin immer noch auf der Suche von Legende Riedle. Ich hoffe, dass ich den hier drin draus kriege. Ja, also, wir schauen mal gleich hinein, wenn ich alles ziehe, dann bis gleich. Ja, heute den Adventskalender von der aktuellen Magitex-Serie. Ähm, ich weiß gar nicht, ich glaube, 25 Euro habe ich bezahlt oder 24,99 Euro, ja, da kann man richtig, ja. Und natürlich gibt es heute wieder den Top-Kommentar. Ich habe mir schon zwei rausgesucht und zwar ist es hier einmal der RR Berger 007, wieder mal ein geiles Video, mach weiter so. Und von Leonard Fortnite, äh, ich feiere deine Videos so hart. Ja, falls du auch, äh, in meinem Video vorkommen willst, dann schreib einen schönen Kommentar, ich suche mir dann die Besten raus und, ja. Ja, so, dann schauen wir mal, ihr seht ihr hier die Spieler und dann klappen wir das mal auf hier. Zack. Und da sehen wir schon die Türchen, da oben 5, 8, 4, 11, 1, 9, 2, 6, 12 und 7, 10, 3. Also 1 bis 12 ist auf der Seite und, äh, 13 bis 24 ist auf der Seite. So, dann öffnen wir mal Türchen Nummer 1, der ist, das haben wir hier. So, komm, gönnt mal. Drückt mir die Daumen, dass ich Riedle hier rausziehe. Ansonsten muss ich mit OP tauschen. So, wir haben hier in Türchen Nummer 1, Arminia Bielefeld, Kloß von, ja, Arminia Bielefeld, äh, als Dauerbrenner. Dann hätten wir hier von St. Pauli, Knoll. Nochmal Arminia Bielefeld, ähm, Edmund Sonn. Schalke 04, äh, Schu, Schubert, Schu, Schu, Schubert. Dann haben wir Bayern München, Leroy Sahne. Und natürlich hier wieder ein Code für euch. Na, stellt scharf. So, Dankeschön. So, das war Türchen Nummer 1. Ähm, Türchen Nummer 2 haben wir hier. Ähm. So, was bringt uns Booster Nummer 2? Na. Wenn wir nicht aufgehen. Na, halla. Manchmal gehen sie gut auf, manchmal gehen sie schlecht auf. So, jetzt hat's verloren. So, der Code. So, dann wieder Leroy Sahne. Wie aus Booster Nummer 1. Dann hier wieder Schubert von Schalke. Gehbauer von Arminia Bielefeld. Äh. Benatelli von St. Pauli. Und Starspieler Joshua Kimmich. Hier hab ich jetzt, glaub ich, schon zigmal. So, Türchen Nummer 3. Was haben wir hier unten? Da. Direkt neben mir. So, zack, 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 zack. Ich hab heute Morgen im Video gefragt, was ich auspacken soll, aber es hat keiner was reingeschrieben. Wahrscheinlich waren die alle in der Schule oder irgendwas. Ja. Deswegen hab ich jetzt selbst entschieden, dass ich den Adventskalender mache. So. Ähm. Code. Dann haben wir hier von Gladbach, Jansammer. Dann von Union, Brömel. Ähm. Von Stuttgart, die Davi. Und das Schalke Club Logo. Ja. Das war Türchen Nummer 3. Dann suchen wir mal Türchen Nummer 4. Das haben wir hier oben. Der Kalender ist so groß, der passt noch nicht mal ins ganze Bild hinein. So. Zack. Türchen Nummer 4. Was bringt uns Türchen Nummer 4? So. Erstmal wieder den Code für euch. So. Oh. Dann hätten wir hier von Leverkusen. Lars Bender. Von Mainz 05. Burkhardt. Von Nürnberg. Äh. Johannes Geis. Dann Arminia Bielefeld. Club Logo. Oder Club Karte. Und Match Winner von Köln. Florian Kainz. Jo. Das war Türchen Nummer 4. Türchen Nummer 5 ist auch hier oben. Und raus mit dem. Und öffnen. Ich habe bis jetzt immer noch nicht Riedler gefunden. So. Wir hätten hier den nächsten Code. Als erstes haben wir hier Wendt von Gladbach. Dann von Hoffenheim. Skoff. Ähm. Union. Gentner. Von Osnabrück. Amen. Jido. Und dann haben wir hier noch Match Winner von Freiburg. Äh. Na. Zack. Und da befinden sich glaube ich zwei Booster drin. Jawollski. Einmal mit der Limmie und einmal normal. Erstmal die normale. Zack. Aufreißen im Booster. Da hätten wir wieder den nächsten Code für euch. Zack. So. Von Dortmund. Zackadu. Äh. Von Frankfurt. Digger. Ähm. Von Werder Bremen. Gipri Selassie. Von Stuttgart. Endo. Und das. FC Köln. Club Logo. So. Dann direkt den nächsten Booster hinterher. Mit der Limmie. So. Da hätten wir den nächsten Code. Wir haben hier Rising Star. Marvin Friedrich von der Union. Dann Rising Star. Schlatterbeck von Freiburg. Dann hier Sargent von Werder Bremen. Also hier sind nur Rising Stars drin. Dann hier Jakobs von Köln. Und dann hier die Limmie von Frankfurt Kamada. So. Das war die erste Limmie. Türchen Nummer 7 haben wir hier unten. Da ist sie. Zeig. Na. So. Ach. Will er schon wieder nicht aufgehen? Doch. Wir haben hier wieder den nächsten Code. Na. Von Leipzig haben wir hier Henricks. Hat er überhaupt schon gespielt in der Saison. Wir haben hier Mainz 05. Sankt Justy. Äh. Just. Sankt Just. Dann haben wir Castro von Stuttgart. Wir haben hier Dauerbrenner von Gladbach. Matthias Ginter. Und dann hätten wir hier noch Matchwinner von Mainz 05. Öztunali. Na. Er will nicht. Jetzt. So. Ja. Dann Türchen Nummer 8. Haben wir hier oben. So. Na. Boah. Die Türchen hätten sie ein bisschen größer machen können. Dass man die Booster auch gut rauskriegt. So. Türchen Nummer 8. Am Booster Nummer 9. So. Wir hätten hier den nächsten Code wieder. So. Von Freiburg haben wir hier Lienhardt. Vom FC Köln haben wir hier Ismail Jakobs. Vom KSC Marvin Wannicek. Dann haben wir hier von Stuttgart als Starspieler Marc-Oliver Kempf. Und da haben wir die Club 100 Thomas Müller. Und da haben wir die Club 100 Thomas Müller. Also der fliegt sowieso auf den Müller. Also der fliegt sowieso auf dem Müll. Also wenn er kaputt geht hier. Ist nicht schlimm. Nicht wie der FC Bayern Adventskalender. Den behalte ich hier auf jeden Fall. Na. Er will nicht. So. Jetzt. Na. Der nächste Code. So. Ich hoffe den kann man auch so per Hand eingeben. So. Von Dortmund. Zagadu. Dann haben wir hier ein Dicker von Frankfurt. Schon wieder mal. Dann hier von Sandhausen. Zirow. Zirow. Oder Zirow. Dann hier von Gladbach. Starspieler. Markus Thüram. Ja. Das war Türchen Nummer 9. Türchen Nummer 10. Haben wir hier unten. Die Hälfte haben wir bald. Zack. Na. Er will schon wieder nicht. So. Doch. Er hat verloren. Wir haben hier Kot. Na. Jetzt. Dann hätten wir hier von Leverkusen. Dem hier bei. Dann von Freiburg. Griffo. Als nächstes Finn Bogartson von Augsburg. Die Karte fehlt mir noch. Die Karte fehlt mir noch. Die. Zweitliga-Club-Logos. Die von der ersten Liga fehlen mir auch noch. So. Von Leverkusen. Starspieler Diaby. Oder Diaby. Türchen Nummer 11. Türchen Nummer 11. Haben wir hier. Auf damit. Auf damit. Booster raus. Na. Boah. Zack. Und immer noch. Kein Riedel gefunden. Das ist ja nicht wahr. So. Der nächste Kot. Dann haben wir hier von Gladbach. Oskar Wendt. Von Hoffenheim Skow. Ich glaube den haben wir jetzt schon zum dritten Mal gezogen. Hier in dem Video. Von Osnabrück. Placher. Dann haben wir hier Starspieler von Arminia Bielefeld. Fabian Klos. Ja. Und dann kommen wir schon zum zwölften Türchen. Und somit haben wir dann schon die Hälfte geschafft. So. Raus mit dem Booster. Und los geht's. Zack. Müll auf die Seite. Zack. Hier wieder Kot. Wir hätten hier von der Herder. Toru Nariga. Von Köln haben wir hier Florian Kainz. Von Sandhausen. Dennis Diekmeier. Von der Herder. Starspieler. Piantek. Oder Piantek. Keine Ahnung wie er ausspielt. Oh. Die nächste Club 100. Von Frankfurt. Philipp Kostic. Uh. Schon die zweite Club 100. In diesem Video. Sehr nice. So. Dann kommen wir auf die andere Seite. Türchen Nummer 13. Hier unten. Türchen auf. Türen wieder zu. Und wir schauen was wir in diesem Booster haben. Und schon aufbekomme. Komm schon. Kommt ihr auf. Alter. Liebste. Das gibt's ja nicht. Habt ihr auch manchmal zu Problemen die Dinge hier aufzubekommen. Die Booster. Alter. Das ist doch nicht wahr. Ist ja schlimm. So. Wir haben hier. Natürlich wieder den nächsten Code. Der Booster hat sich echt geweigert. So. Von Leipzig. All more. Dann haben wir hier. Von der Hertha. Arne Meier. Von Union. Haben wir hier. Bülter. Dann hätten wir hier. Von Nürnberg. Tom Kraus. Und nicht schon wieder. Von Bayern München. Joshua Kimmich als Starspieler. Oh ey. Der verflucht mich. Das kann es ja nicht. Das kann es ja nicht geben. Ich glaube den habe ich jetzt schon vier, fünf oder sechs Mal. Türchen Nummer 14 haben wir hier. Hier. So. Auf damit. So. raus mit dem. Dann noch zehn Tage. Dann haben wir Weihnachten. Das habe ich ihn hier an der Ecke offen. Jetzt bringt mir das auch nichts. Na doch. Endlich. Wir haben hier den nächsten Code. So. Wir haben hier von Wolfsburg. Brooks. Brooks. Dann haben wir von Schalke. Matrondo. Dann haben wir von Mainz 05. Niacate. Dann haben wir hier die Taktik Karte. Top Form. Dann haben wir hier Starspieler von Frankfurt. André Silva. So. Das war Türchen Nummer 14. So. Türchen Nummer 15 haben wir hier. Da. Zack. Auf. Auf. Zack. Raus damit. Und. Mal schauen, ob der sich auch so sträubt. Ne. Der geht schön auf. Der geht schön auf. So. Dann gibt es den nächsten Code. So. Wir hätten hier von Wolfsburg William. Von der Union Uccia. Dann hier von Hamburg Kittel. Dann haben wir hier das Herder Club Logo. Und das kann es ja nicht geben. Ich bin wieder eine Legende. Aber Paolo Sergio. Ich habe da schon alle drei. Ich brauche doch nur noch Riedle. Gibt es ja nicht. Hier oben. Türchen Nummer 16. Hier oben. Komm raus. Zack. Türchen Nummer 16. Und Booster Nummer 17. So. Wir haben den nächsten Code natürlich. So. Dann kommt hier Hazard vom BVB. Von Freiburg Gulde. Dann haben wir hier von Arminia Bielefeld. mit Brunner. Erzgebirge Aue. Hochscheid. Dann haben wir noch das Club Logo. Von RB Leipzig. Jupp. Jupp. Na. So. Türchen Nummer 17. Dann haben wir direkt hier nebendran. So. Raus hier. Oh. Noch kleiner könnt ihr die Tür nicht machen. Tops. Der Kalender ist doch eh schon groß. Er hätte man ruhig noch größer machen. Dann. Hätte man die können. Die Booster auch besser rauskriegen. So. Da haben wir den nächsten Code. So. Da hätten wir hier von Leipzig. Upa Mezzano. Dann hier von Wolfsburg. Ginczek. Von Werder Bremen. Äh. Eckestein. Dann hier von Braunschweig. Ziegele. Ziegele. Und hier haben wir Starspieler von Schalke. Haben die überhaupt Starspieler? Amina Harit. Eigentlich hätte sich da gar keiner einer verdient hier. Als Starspieler zu sein. Türchen Nummer 18. Na. Der wollte sich weigern hier rauszukommen. Ach. Schon wieder so Probleme hier. So. Jawoll. Es geht. Geht doch. Wir haben hier wieder den nächsten Code. Wir haben hier Hermann von Gladbach. Von Schalke haben wir hier Stambouli. Von Mainz 05 haben wir hier Martin. Ui. Die fehlt mir hier noch. Die Taktikkarte Manager. Die fehlt mir noch. Dann haben wir hier noch von Freiburg. Starspieler Nils Petersen. Habe ich leider auch schon. Naja. Umso mehr man hat. Umso mehr bekommt man auch doppelt. So Türchen Nummer 19. Haben wir hier. Zack. Wieder zumachen. Wir kommen so langsam an Türchen Nummer 24 ran. Das ist doch nicht wahr. Gleich hol ich dich her. Leck. Oh man. Ich krieg das Ding nicht auf. Doch. Erz hat es verloren. So. Nächster Code. So. Hier haben wir vorbei in München. Tullisau. Ein bisschen gerade machen hier. So. Da haben wir hier von Frankfurt. So. So. Dann haben wir hier von Arminia Bielefeld. Ortega Moreno. Dann haben wir hier vom KSC. Wannitschek. Und von Meisten 5. Starspieler Robin Kwajson. Jawohl. So. Türchen Nummer 20. Befindet sich hier unten im Eck. Zack, zack, zack. Und raus. So. Beigerst du dich jetzt auch oder? Nee. Er will aufgemacht werden. Wir haben den nächsten Code wieder. Na. Zack. Ähm. Von Leipzig haben wir hier. Mokile. Dann hier von Freiburg Flecken. Von Köln haben wir hier. Thielmann. Von Osnabrück haben wir hier Placher. Den hatten wir doch einen auch schon. Und dann haben wir hier noch Starspieler von Frankfurt. Silva. Ja. Und jetzt noch vier Türchen. Und dann war es das. Die 21. Ich habe mir hier. Ich habe mir hier noch ein paar Jahre alt. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch den auch geholt habt. Den Kalender hier. Oder ob ihr euch einen anderen geholt habt. Oder noch holen werdet. Keine Ahnung. So. Wir haben hier den nächsten Code. Hier geht es weiter mit Monnier von BVB. Hertha BSC haben wir hier Plattenhardt. Dann haben wir hier von Werder Bremen Moisander. Von Nürnberg haben wir hier Johannes Geis. Und dann haben wir hier noch Matchwinner von Stuttgart. Gonzalo Castro. Und Türchen Nummer 22. Haben wir hier. So. Vom Haus. So. So. Zack, zack, zack. Ähm. Der nächste Code. Oh. Ja. rumdrehen. Rumdrehen. Hier haben wir von Leverkusen Aranguiz. Dann hier von Hoffenheim haben wir hier Bikacic. Dann hier von Köln haben wir hier Katerbach. Von der Fortuna Düsseldorf haben wir hier Hennings. Und dann haben wir hier noch Matchwinner von der Hertha Piontech. Und ja. So. Türchen Nummer 23. Haben wir hier oben im Eck. Ach. Da. Zack, zack. Zumahnen. Solle. Schauen wir mal was wir hier drin haben. Zack. Ach. Ich dachte schon. Ich dachte schon. So. So. Der nächste Code. Dann haben wir hier vom FC Bayern David Alaba. Von der Hertha haben wir hier Tuzad. Dann haben wir hier von der Union. Äh. Gieselmann. Dann haben wir hier von Stuttgart. Sosa. Na. Und dann haben wir hier Starspieler vom BVB. Jadon Sancho. Da dachte ich schon von hinten das wäre Riedle. Aber ja. Tja. Anscheinend. Ähm. So. Das war jetzt 23. Dann kommen wir hier zum letzten Türchen. in diesem Video. In diesem Video. Zack. Zack. Wieder zwei Booster. So. Dann können wir den hier schon mal schließen. Ähm. Ja. Zack. Äh. Da ist die Limi drin. Dann machen wir erst die ohne Limi. So. Der nächste Code. So, wir hätten hier von Freiburg Schmied. Von Arminia Bielefeld, Piba. Von Osnabrück, Trapp. Von Bayern München haben wir hier Dauerbrenner, Joshua Kimmich. Und von Werder Bremen haben wir hier Matchwinner, Geprey Selassie. So. Und der letzte Booster mit der Limi. Oh, komm. Jawohl. Geht doch. So. Schauen wir mal. Da kommen wieder die ganzen Rising Stars. So, der nächste Code. Wir fangen mit den Rising Stars an. Wir haben hier Rising Star von Gladbach. Neuhaus. Dann von Stuttgart war man Githuka. Dann von Schalke. Kabak. Von den Bayern Alphonso Davies. Von Leverkusen haben wir hier Florian Würz. Und die letzte Karte ist hier die Limi von Köln. Andersson. Sebastian Andersson. Ja, also kein Karl-Heinz-Redlook gefunden hier im Kalender. So, das ist der Stapel aus dem Adventskalender. Der ist schon riesig. Ja. So. Und falls du kein Video mehr verpassen willst von meinem Kanal, abonniere ihn und aktiviere die Glocke. Und like dieses Video. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Haut rein und auf Wiedersehen.